What's up, what's up Skatepoder? Da wären wir bei Teil 7. Wir haben schon 600 Kickflips am Start. Check die Playlist, hier unten drunter verlinke ich euch alle 600, wenn ihr die gerne euch alle reinziehen wollt, um zu sehen, ob es wahr ist. Kaum zu glauben, wir sind also 600 Kickflips in. Und wie ihr seht, man sieht natürlich ein bisschen hier was. Klar, es sind ein paar Veränderungen der Schuhe, sind ein bisschen abgenutzter als vorher. Aber man weiß es noch nicht, wann wird es soweit sein, wann wird hier sich endlich ein Loch bilden oder irgendwas, dass es halt nicht mehr skatebar ist. Da sind wir dran, das ist Teil Nummer 7. 100 Kickflips machen wir jetzt noch und dann sind wir bei 700 Kickflips, das ich ganz kaum glauben. Also legen wir mal los mit den nächsten 100. Here we go. Wow, ein bisschen mehr warm. Ich sollte mich doch eher kurz warm machen, das ist echt, ich fühle mich nicht so gut. Ich kann mich doch wieder öfter, ich kann mich doch wieder öfter, ich versuche das, ich würde mich doch noch mal aus. Das war's. Ja, ich bin mal. Ich bin mal drei Zehn. UNTERTITELUNG 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 aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ja! Ja! Oh! Oh yeah! Woah! Yeah motherfucker! Die letzten 10 finden sich richtig geil an. Das waren 100 Kickflips. Oh mein Gott. Ich bin tot. So sieht es aus. Da wären wir jetzt 100 Kickflips später. Jetzt hat der Schuh 700 Kickflips. Wie ihr seht, er hat sich schon wieder ein bisschen verändert. Noch am Anfang des Videos waren hier nicht so viele weiße Flecken. Jetzt kommt das ein bisschen hindurch, dass wir hier durchkriegen, durch den ersten Stoff hier durchzukommen. Ich bin sehr gespannt. Es wird definitiv noch weitere Teile geben, weil wir seht, wir sind nicht durchgekommen. Das Ende des Videos ist, wenn es wirklich ein Loch gibt. Deswegen abonniert den Channel und verpasst das nicht. Wie gesagt, wenn wir 100 Kickflips machen, 800, 900 und versuchen die 1000 zu knacken, das wäre sensationell. Ich denke, das wird vielleicht möglich sein. Also, wir sehen uns. Here we go. Verliert euch selber keinen Tag jetzt skaten. Einen Tag ohne Kickflips ist auf jeden Fall ein verlauerer Tag. So geht die fuck out. Geht Kickflips machen und verliert keinen Tag. Peace. Dann schauen wir uns. ... ... ... ... ... ... Sollte Die letzten 10 fühlen sich richtig geil an. Ich fäng mit OJ dem Pop.